Servus liebe Leute, gestern gab es ja schon den Fire Spirit, vielleicht kommt dazu noch kurz ein Video. Ich will jetzt auf jeden Fall was über den Furnace oder wie auch immer raushauen, ich weiß jetzt nicht wie man den ausspricht, das Wort habe ich persönlich noch nie gehört. Das ist die zweite Karte von den 6 bekommen werden, das ist schon mal episch, nein es ist rare, aber es ist für alle Spawner Fanatiker echt geil und für alle wo Spawner Decks hassen echt scheiße, denn der Topf wie ich ihn jetzt grob übersetzen würde, schüttet halt aus seinem Ofen oder aus seinem Topf die Fire Spirits raus. Drei Stück jeweils und ist eigentlich ganz witzig und die kann man auch als normale Karte setzen, vielleicht gibt es dazu noch ein Video, aber das war es für die Karte, bis später, ciao ciao. Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020